Kinderklau! Gegner! Gegner! Übrigens, als es ist kriegt man auch Geld. Hier oben fehlt einer. Hat er seine Unklache eingesetzt? Warum hat er so wenig Leben? Er hat sich schwer zu gründen, du Scheiße. Schlecht. Ich glaub mal, Flott. Ich geh mal mit. Wollen wir auf Flott gehen? Warte. Wollen wir auf Ys gehen? Oder, oder? Schnell, ey, verdammt. Ah, jetzt hör uns ab, jetzt haben wir's Geld frei. Ich hab das jetzt zur Hölle gemacht. Ich bring ihn an, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht hab. Ich hab einfach nur mein Muskel drauf und dann hab ich einfach Auto-Attack, damit du auch mal was gerade wegzugehen. Also ich könnte es halt nicht viel bringen. Naja. Ich hab 20% Lifestyle. Also chill. Und ich hab 17. Und dann nochmal mal passiv. Ich kenne meine. Ich hab 20 als passiv. Ah. Euer Team hat einen Tor. Er ist ne echte? Keine Ahnung. Das fühl ich aber auch nicht. Wollen wir einfach nur zurück. Ich wollt ihn nur ein Traum wegmachen. Okay, das ist der echte. Nein, das ist es nicht. Ich hab irgendwie mal gehört, dass wir mal Auto-Attack. Nee, das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Ich meine ich doch. Scheiße. Aber lasst euch bitte nicht davon beurteilen, wer auch vorläuft. Das hab ich auch schon mal gesehen, der das gut gemacht hat, wo der... Ja, ich weiß. Ich spiel selber auf Chaco. Ich weiß, wie man sich bewegt. Auch als... Also ich bin zweiter Person. Huh. 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 Er hat einen Rubin-Kristall. Wer? Wer? Das ist ne Schau. Der hört sich Pangeas. Phageas. Nicht Pangeas. Nicht Pangeas. 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 Woll. Pangeas. Blutrausch. 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 Ja, das ist ja... Ich find das so geil. Das ist der beste Geil. Das ist der beste Geil des Stahl. Hey. Wir killen die und killen die und killen die und komm nicht zu den Restorシp. Wir killen die und killen die und killen die und aber komm nicht zum Restorシp. Ich geh back. Ja, ist echt so. Ich brauch erst mal Damage hier. Letzte Atemzug, was jetzt? Großer Meister. Blut ist dann nur noch. Also nur noch Blut ist okay, wurde ja schon getötet. Ah, ich bin fast tot. Und noch zwei Mal Seilen, ich bin tot. Obwohl er war, ich bin gar nicht Porten, ich habe aber was Seilen zum Hochreihen. Ich habe jetzt Bock irgendwo in meinen Ulti-Rennen. Soll ich mal hier reinhauen und so? Ich habe irgendwie gerade Bock auf den VG. Ich bin tot. Ich bin tot. Vor allem kämpft lieber. Wenn ihr Auto-Attack auf ihn macht, bevor er sich Portet, dann bekommt ihr... Dann bleibt der Richtige im Fokus. Das Selste. Lieber markieren ist besser. Ja, ich markieren sie so immer. Wenn du einmal markiert hast, dann geht das. Der eine von denen hat... Dann wirklich markieren. Keine Items. Jetzt auf Olaf. Gleich. Töt ihn doch, Nasus. Den. Okay. Jako, wenn sonst... Ich will, dass sein hässlicher Whisky vorbeigeht. Okay, jetzt gehen wir drauf. Also, die beste Ultis finde ich wirklich noch die von Nasus. Ja, wird größer und schwarz. Grauer. Nein. Und er kriegt sehr viel Leben dazu. Und er zieht pro Sekunde 5% Leben ab. Bla, bla, bla. Alles unwichtig. Ich habe momentan keine Energie. Weißt du, was auch unwichtig ist? Meine Kommentare. Ich weiß, danke. Nein, nein. Du! Äh, machst krass und stark. Ich bin tot. Nein, nein, krass. Ich weiß, Mann. Ich hatte zweimal entzünden drauf. Und nicht schlecht. Ich bin direkt ein zweimal entzünden. Auch nicht schlecht, oder? Wir können von mir auch mal leidend wechseln, damit ihr mal gegen die Nubschwingen kommt. Ja, Leute, ich habe drei auf Alleingrad. Gut, warte, ich springe mal. Ja, ich komme, weil ich ja am Leben bin. Warte, 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 warte. Die kommen gerade runter, glaube ich. Das ist schlecht für mich. Ich hoffe, dass jemand runtergeht. Weil ich glaube, da auch nur rum. Ich bin der Staffel 9. Wo sind die? Sind die Dammkippschtung? Das ist wichtigste. Ich wusste mal ganz ehrlich, große Respekt an Nasus. Weil ich wusste nicht, dass Nasus irgendwie in der Mitte gehen kann. Mitdick geht. Nasus kann alles, wenn er will. Du holst dir Flut des Lebens. Der ist aufgrund schwarz. Das ist in Ägypten, Mann. Gold ist ja nur die Rüstung. Vor allem, wir sind erst mal drei Level höher als der Fluttinger. Das liegt schon, mir stecken die Drei-Einigkeit. Wir kommen hoch. Ja, oder die sind da drin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie wollen hochkommen. Ich glaube, ja, die kommen. Verdammt. Da bin ich schon im Jungle. Ja, sind's. Groß und schwarz. Das hat nicht helfen. Ich hau meinen Ulti rein. Dämlich. 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 Kannst du noch mal ein bisschen zurückgehen oder so? Tschüss. Ich hab kein Leben mehr. Warum soll ich ein bisschen zurückgehen? Deshalb. Oh, ich hab ja Mana dran. Weil du den Chaco da gewittert hast. Das fand ich mal sehr nice. Wittert. Seine Eier haben die. Wittert. Irgendwie pervers. Kommt dir nur so vor. Kommt dir nur so vor. Alles mal. Das kann der schnell auch mal schön. Ah. Chill mal in der Runde. Chill mal. Chill, chill. Chill mal in der Runde. Chill mal in der Runde. Schnell. Wui. Ach so schnell. Ach doch. Ach, du Weichzeit hast Geistern. Ich komm hier mal. Oh, die ganzen Loops hier. Mit ihrem Geist. Ach, da pote Darni mir. Und Harley. Ah. Wenn du stunzt musst du sofort hier ähm. Wer ist der Schlag? Ähm. Lass ich mit Grünsicht-Bopf. Herzogerschlag. Ja, ich hatte nicht mehr mit Mana. Ich hab gar kein Mana mehr scheiße. Wir müssen ja mal zurücklaufen. Ich benutze meine Bildraugen um wegzulaufen. Oh, lol. Oh, jetzt weißt du, wer fertig ist. Okay, gleich überlebt. Danke, Nasus. Alter, wie viel Schaden macht der Kali mit ihren hässlichen... Wie? Kussgeld, ja. Todkrallen. Ja, die... Kamas. Fick dich, Todkrallen. Ja. Ich hab endlich's reichen. Der Assassine. Das assassriert allen jeden Blatt. Okay, sieh, wir, Lund und Opo. Das ist schon mal. Dann kaufe ich mir jetzt einfach mal das, weil ich's Geld hab. Ich schon mal das nächste Mal Blut, Sir. Riecht mir mal Shinsoos. Oder wie immer das aufberechen. Ich hab jetzt 32% Lebensrauf. Warum eigentlich 32? Soos, mach drei Türme platt. Fuck. Na, 20 müsste er eigentlich mehr haben. Auf der Stelle. Na, 10, 0, 6. Ach, drauf geschissen hier. Ich hol mir einen Malabend. Ich krieg' mir einen Malabend. Ich krieg' mir einen Malabend. Ich bin ja schon legendär. Oh mein Gott. Der einzige ist ja Kitzel von von denen. Ich krieg' ja richtig, die kriegen ja richtig schön Geld, wenn sie mich killen. Scheiße. Äh, ja, lol. Äh, ich glaub' ich werd' weg. Tschüss. Großen Schwarz hat nix gebracht. Ja, oh, gar nix. Ach, ich hab' eh zu holen. Was soll's. Das war jetzt nicht gut. 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 Das war jetzt bei hinten nicht. Vorwärts. Was sag' ich hab' Lifestyle. Komm mal. Komm mal in der Mitte. Aber ich glaube, die Aufnahme wird was. Die Aufnahme würden wir mal gewinnen. Ich komme und helf. Ja, ich komme. Mein gutes Deutsch. Mach... Machen wir die Geister. Mach Geister, hab' ich gesagt. Oh, ich zieh' wir. Ich muss mal die Ulti-Truckung. Mit Stahls. Beuys hat grad' seinen Ulti-Verballon. Bis dahin. Nein, nein. Nein, dahin. Ich weiß. Ja, genau. Tötet sie. Wie viele Teile soll er sich aufsteilen? Äh, so, das krieg' ich hin. Ich bin den ja. Jetzt ziehen wir gleich so. Äh, ne, ich hab' keinen Bock mehr. Sonst können wir die Aufgabe doch noch killen. Ich krieg' das hin. Ich bin Ninja. Oh, Oshako? 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 Ich helf dir. Wo ist er hin? Ah, ich bin tot. Und ich könnte doch nicht helfen. Weil ich keinem was lehren, weil ich gar nichts gemacht hab. Ja, der ist jetzt da irgendwo. Ja, das tust du. Da. Da. Vielleicht auch da. Oder da. Vielleicht auch da. Vielleicht auch da. Da ist auf jeden Fall ne Puppe dort drin. Hör ab. Da. Oder er ist da. Was geh' ich gleich noch? Geh, da bist du ein Feigling. Oh nein. Das ist normal. Unser Nasus. Unser großer, schwarzer. Oh mein Gott. Was ging's schwarz oder was? Ich mag. Ja. Nasus. Ich mag. Hinter uns. Paco. Jetzt nicht sterben, Makali. Also bitte. Denn ich will dir grad helfen. Das krieg ich aber nicht, wenn du stirbst. Ich will so zu helfen. Er mag gestern du auch. Yay. Unser Ben. Ich glaube ich hab was voll. Jawohl. Geht das war jetzt richtig knapp. Ich sollte vielleicht nicht mehr mit dem Heilpfeil reingehen. Und der Olaf greift dich in Tower Range an. Das ist ja dämlich. Eigentlich hab ich ja bei Destern noch an, weil sie einmal da hochregen. Soll ich ja voll leben. Ich wollte schon sagen, Olaf miss, ne. Aber dafür hab ich jetzt unsere Funktion verbraucht. Pass auf, dass die dich nicht ganken. Ja du könntest mir auch mal helfen, Pantheon. Geil. Ich hab's zu spät geklappt. Ja ne. Ich hab keine Bock zu. Ich bin andersrum. Nein. Los. Fuck Reiss. Hallo Reiss. Hallo Reiss. Ich mag Reiss. Was? Spiel erfahrt er. Das war's schon. Nein. Das war's schon. Das war's schon. Ich war auch ein bisschen derbe mit Akali vielleicht. Du hast gestilt, man. Also. Ja auch. Unter anderem. Du stellst das Spiel jetzt rein. Na klar. Sorry. Okay. Vielleicht hat es nicht gedauert. Ich hab's uns 20 Minuten gefasst. Erstmal noch Schlussworten, bevor ihr wieder dummes Glaber anfängt. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei LOL. Bis dann. Tschüss. Tschüss.